Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Infamous First Light Contraid Konsequenzen Retten Sie Shanesmänner von Die U.P. Oder die U.P. oder wie man die ausspricht. Man wird auch. Definitiv. Da hat sie einen guten Spruch bereit. Die Typen bauen zwar schnell, aber was bringt es ihnen, wenn wir gleich alle hier erledigen? Da ist ganz von oben. Wo? Ich glaube, hier bin ich safe, oder nicht? So. Ja, sagt nichts. Äh, ich glaube, ich muss... So kann ich euch alle umnieten. Herausforderungen bestanden. Sehr cool. Weiß zwar nicht, wer das war, aber der ist jetzt auch weg. Tja. Scheiße, ne? Äh... Und jetzt? Ich glaube kaum, mein Freund. Äh, nicht nur... Äh... Den... Kontakt hast du verloren. Ihr habt noch ganz was anderes verloren. Eure Basis. Ja, sieht mir ganz danach aus. Definitiv. Ihr könnt ordentlich demolieren, Freunde. Aber es ist eben kein Just Coast, Freunde. Kein Just Coast. Hallo? Hier wird nicht abgehauen. Mein Freund. Hier! Friss das und stirb. Äh, ja? Ja... Du wolltest was von mir? Das können wir dir gerne... Da können wir dir gerne nachhelfen. So. Ach was. Na? Gefällt's dir? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wenn ihr selbst mal angegriffen werdet. Freundchen. Tja, ne? Ihr Loser dürft jetzt gehen. Definitiv. Korrekte Tatsache. Ja, genauso. Ah. Baby Shanes. Dann befreien wir jetzt noch die hier. Und dann ist alles okay. Dann können wir hier auch abziehen. Ah, besiegen müssen wir die. Scheint mir, dass da nichts passiert. Äh, hallo? Äh, bist du Banane? Äh, das geht doch nicht. Wie kannst du das wagen? Hier, friss. Herausforderung abgeschlossen. Wut entbrannt. Ah, das glaube ich weniger. Tja, noch so ein Tritt in die Eier und du bist weg. Uh. Tja. Na? Wer will Ärger? Hm. Okay, Mr. Boss. Deine Schläger sind wieder in freier Wildbahn. Ah, du bist so eine gute und treue, kleine Siegerin. Dafür verdienst du eine Belohnung. Wut? Brent? Wo hält er dich fest? Keine Ahnung. Aber vergiss mich. Verlass die Stadt, bevor das DUP dich schnappt. Weißt du, Süße, wenn du loyal bist, kriegst du ein bisschen Brent. Aber mach mich sauer und ich nehme dir ein bisschen Brent weg. Vielleicht ein Ohr oder ein Zahn, die Dame entscheidet. Okay, das war indirekt eine Kriegserklärung, Freunde. Und das soll ich jetzt hier? Okay. Ich will dir helfen, aber das muss unter uns bleiben, okay? Geh in die Mitte vom Science Center. Da erklär es dir. Ihr habt gehört, in die Mitte vom Science Center. Jemand will uns helfen? Da bin ich ja mal völlig gespannt. Oh yeah. 13 Punkte. Ja, damit können wir ordentlich was anfangen schon. Aber mal gucken. Wir rennen mal mit Vollspeed. Der Story hinterher. Coole Sache. Einmal mal durch die Beime durch. Das ist doch was Feines. Tja, wenn ihr denkt, sowas hält uns auf. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Und ich denke, ich hole mir das Ding auch gleich. Äh, okay. Viel Spaß. Nein, 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 nein. Sprung wäre angesagt, Freunde. Sprung wäre angesagt. Und. Yeah, wundervoll. Was bedeutet, wir haben kein Problem gehabt, hier sowas mitzunehmen. Ziemlich cool. Wie gesagt, man hat hier tonnenweise Sachen zu erledigen, wenn man denn möchte. Halten Sie zusammen mit Jenny Chains Kontrolle über die Stadt im Zaun. Aha. Überwachungsausfall. Sehr cool. Sehr cool. Und wenn du dein Bruder zu holst und ohne dass Shane dich verfolgt, solltest du lieber diese Drohnen finden und zerstören. Warum hilfst du mir? Weil wir beide zusehen mussten, wie der Menschenhändler das Mädchen geschnappt hat. Ich stecke in Shanes Welt fest, aber du musst das nicht. Okay. Das heißt, wir müssen das Ding finden, was da rumfleucht oder nicht. Ich hoffe, die war teuer. Okay, auf jeden Fall coole Sache. Aber dass die teuer war, das denke ich mir. Nicht alles ist wirklich billig, weil mit so einer Technologie. Ja, ich würde sagen, hauen wir sie definitiv weg. Tja, scheiße, ne? Okay. Okay. Die Polizei hat gerade noch alles in den Griff genommen. Sie bewegt sich schneller als die anderen, also auch nicht so leicht verwischt sein. Schnell habe ich drauf. Darin bin ich erst... Ja, schnell haben wir drauf. Definitiv. Und jetzt ist nur noch hier eine übrig. Es ist nur die Frage, wann und wo die rumfliegt. Und wann der Esel im Hintergrund die Schnauze hält. Ach so, gleich ein Helikopterverhurt. Tja, zum Glück habe ich gerade eine Singularität am Start. Tja. Hubschrauber hier nicht unterscheiden. Ach, schon gut. Ich bin ja nicht in Flammen aufgegangen. Ich schicke dir die restlichen Drohempositionen. Und vielleicht habe ich eine Spur, wo Shane dein Bruder ist. Vielleicht reicht mir schon. Shane verlegt seine Gefangenen ständig. Aber ich glaube, ich habe das System geknackt. Die Hubschraubersache ist hier offiziell verziehen. Sag mir, wohin? Und ich bin schon da. Oh yeah, Mission abgeschlossen. Definitiv coole Sache. Äh, hier sollte noch einer sein. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir jetzt uns ran, die Polizei drohen zu killen. Aha. Die ist in der Tiefgarage. Wie ich gerade mitbekomme. Jetzt kommt sie raus. Nur die Frage, auf welcher Seite kommt die raus. Wahrscheinlich jetzt auf der anderen. Fucking hell. Ich muss hier mal rüber. Äh. Wo ist die fucking Drohne? Ich muss wahrscheinlich in den Radius. Oh, komm schon. Äh. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Das. Geh liegen, äh. Kann ich die irgendwie austricksen? Wäre so geil. Oh man, dafür muss ich jetzt die Mission neu starten. Ihr seid solche Pfeifen, äh. Könnt ihr einfach unten bleiben. Dankeschön. Hey. Meine Friends. Haltet mal die Fresse, äh. Wenn ich weiß, wo ihr genau herkommt und schießt, werde ich euch eine saftige Breitseite verpassen. Hier, weg mit dir. Na, wer möchte noch? Ah. Genug. Na dann. Habe ich mich doch verständlich genug ausgedrückt. Würde ich doch fast behaupten. So, nein. Ah. Ja. Schade. Wann kommst du hier durch? Äh, neben dem Zug? Wo ist der fucking hell Zug? Ah, jetzt ist es schon wieder auf der anderen Seite der Pfosten. Hier ist er. Damit hast du nicht gerechnet. Tja, scheiße, ne? Sie haben 18 Punkte. Ja, und? Interessiert mich gerade ziemlich nicht. Oh man, wir haben ordentlich viel aufzuholen. Oh man. Na dann. Auf geht's. Zum Glück sind wir ziemlich schnell, Freunde. Na dann. Na, wie findet ihr übrigens die Geschichte so an sich? Ist schon heftig, dass man einfach erpresst wird, nur weil man solche Fähigkeiten hat. Aber so ist es leider immer. So ist es leider immer. Ja. Aha. Äh, wir sind jetzt an einer Kreuzung. Hä? Nein. Das finde ich nicht korrekt. Nein, finde ich einfach nicht korrekt, Freunde. Nein. Und das Miauen finde ich auch nicht korrekt. Im Hintergrund. Das finde ich sowas von unfair. Ihr müsst alle in die Tonne getreten werden. Nein. Lasst's einfach. Ich bin fast tot gewesen. Oder so. Aha. Na dann, wesseln wir dich. Hm, wie bei einem Hotel. Aha. Ey. Ich hab deinen Kopf anvisiert. Dankeschön. So. Ich muss mal aufs Dach. Ähm. Jetzt ist es irgendwo darunter unter einer Brücke. Sieht mir aus wie darunter hier. Ah. Na, wo bist du? Du Drecks Hund. Du Scheiß... Du Scheiß... Dingens. Dich fessel ich auch. Dich will ich nicht mehr sehen. Aha. Wenn ich euch sichte, habt ihr ein Problem, ne? Na? Muss... Musst du irgendwas bestätigt bekommen? Ich hoffe nicht. Dreckige Bastarde. Hallo? Hier. Verschwinde. Auch du. Tidlö. Du hast... Ja. So soll es auch aussehen. Äh. Das möchte ich auch so... Hoffen, ja. Da. Ist dieses... Arschloch von... Tja. Sag nix. Aber immerhin kommst du gut klar mit denen. Meine Kleine. Da hat mancher Polizist mehr Probleme oder mancher FBI Agent, sowas auszuschalten. Solange man Datenzugriff drauf hat, wird das wohl kein Problem sein. So. Ähä. Der geht um das Haus, oder wie? Äh, irgendwo ganz weit oben. Okay. Aha. Wo um alles in der Welt ist diese Drohne hingegangen? Ich höre die doch. Aha. Da ist sie. Ja, sag nix. Vor allem, wenn man uns entgegenfliegt. Ne? Ähm. Jetzt kommen wir nur noch zu diesen vier an. Und dann können wir in der nächsten Folge die Story weiterverfolgen. Yeah. Und das passt alles praktisch in einen Part, Freunde. Nur weil wir so hypermäßig schnell sind. Nein. Nein. Das klappt ja gar nicht. So, wie ich das möchte. So. Genau. Dankeschön. Der Zug ist nicht schnell genug, Freunde. Aha. Wir sollten sowieso nicht zum Zug, sondern dort drüben hin. Ist ja kein Thema, Freunde. Ja, und jetzt? Muss ich hier ganz hoch oder hier ganz runter? Wahrscheinlich ganz runter. Okay. Äh. Das ist... gegen ein solches Gebäude. Ah. Aha. Wo müssen wir hier durch? Wir müssen ungefähr einfach dieselbe Blickrichtung haben. Das wird jetzt ein wenig kniffliger. Ähm. Da drüben, wo so ein scheiß Ding ins Bumsen ist. Ja, von hier unten sieht man so viel. Echt jetzt. Ach so, da drüben. Huh. Interesting. Aber weil es mich einfach stört, hole ich mir das hier runter. Ohne Witz. Es stört mich einfach, wenn sowas hier rumliegt. Ja gut, da komme ich nicht hoch. Ja, ist mir jetzt egal, ob ich das verlassen habe. Aha. So. Nochmal. Aber diesmal mit Gefühl. Ja, wundervoll. Das war ein schönes Gefühl, Freunde. Definitiv. Ich komme. Wieder. So. Ah, das ist neben dem Palazzo oder so. Würde ich schon fast sagen. Nö, da sind ja noch Unmenge von diesen Dingern. Also von diesen roten. Die stören mich so. Definitiv, Freunde. Die sind leicht irritierend hier. Ich muss auf die Häuser. Alles andere macht keinen Sinn. Wobei, der jetzt gerade am Boden rumläuft. Und ich nicht gerade ausmachen kann, wo. Hm. Monorail. Ich muss mich hier ein wenig umsehen, Freunde. Wo ist der hin? Ohne Witz. Ach so. Ja gut. Wenn der direkt... Ja, 90.000 Dollar in Fetzen sagt nix. Aber... Ist sowas von nervig. In solchen Gegenden. Aber okay. Kann man nichts machen. Haben wir jetzt leider schon 22 Minuten... aufgenommen. Aber was sein muss, muss sein. Ich möchte im nächsten Part nicht mehr damit... irgendwie Zeit verschwenden. So. Ach. Damit allerdings schon, Freunde. Das macht Spaß. So. Ja, Freunde. 2 zum Preis von einem Sprung. Sehr cool. Und wo ist das jetzt? Irgendwie auf einer Parkanlage. Ich frage mich mal, wo der hin ist. Also... Definitiv... Nirgendwo es mir gefällt. So, ich bin jetzt hier oben. Und gucke mich hier mal um. Hä? Ist es gerade durchgedüst? Ja, ist es. Und wie. Tja. Das kann passieren, ne? Dann haben wir nur noch 2 vor uns, Freunde. Das gefällt mir ja ziemlich hart. Also wer denkt, oh ja, man kommt hier nicht wirklich weit oder wie auch immer. Man müsste sich viel anstrengen. Nö. Definitiv nicht. Man hat... Man hat es leicht, aber auch schwierig. Und das macht es cool. Schalten Sie alle fein im Gebiet aus. Und solche kleinen Missionen können auf jeden Fall Wunder bewerken bei mir. Äh, wo ist das Ding? Und du Esel hältst mal die Klappe. Was macht die überhaupt hier? So, fesseln. Du gehst weg. Und du ebenfalls. Tööö. Ach, nicht schon wieder. Hier. In die nächste Tonne getreten. Dankeschön. Ähm. Ey, da hält ich immer gerne bei der Bahn auf, irgendwie. Warum auch immer. Aha. Ist ja mal... klar gewesen. Dankeschön. Das war auf jeden Fall hilfreich. Wisst ihr was? Ich weiß, es ist totale Verschwendung, aber... Wir können es ja ganz easy wieder auffüllen. Ich habe einfach keinen Bock auf diese Pimmel. Und dann... Ja, das weiß ich, dass ich die besiegt habe. Ist auch kein Kunststück. Ne? Ist kein Kunststück der Nacht. Oder so. Äh. Wo könnte dieses Arschloch von... ...Dingsbumsen sein? Ich warte einfach, bis es hier wieder durchkommt. Ist wohl am besten so. So lange jetzt hoffentlich kein Zug kommt. Aber ich sehe es schon. Das Ding. Einfacher als das Finden des Ausschalters. Hehehehe. Sag nichts. Ihhha. Sehr geile Aktion. Äh. Fetch. Ich mag dich als Charakter. Definitiv. Und was ist da oben? Ist es überhaupt oben? Nö. Nicht, dass ich sehe. Das heißt, wir müssen runter. Aha. Okay. Nur noch dieses eine System. Ist in Ordnung. Hier durch. Mal Interesse zeigen. Ob hier was durchkommt. Ja, eben doch. Ich sehe es gerade. Sehr cool. Ja. Todesaus... Äh. Totalausfall. Definitiv. Haben gleich ein Achievement gewonnen. Und das finde ich total supi. So. Und wie es aber hier weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge, Freunde. Warte mal. Das hole ich mir jetzt auch noch. Yeah. Was läuft denn im nächsten Part dann? Preis der Erlösung. Suchen Sie den Ort in der Stadt, wo Shane Ihren Bruder festhält. Das spitze ich also langsam zu, Freunde. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es denn wieder heißt. Infamous First Slide. Tiddle. Ge 완steigt. Ausat. Fisch saturnd.